Okay, was geht ab Leute? Mein Name ist Malu Gubadia und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin jetzt schon am Gym. Ich war nämlich gerade beim Supplement Store und habe mir Omega 3 geholt, weil ich hatte keins mehr zu Hause. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon am Gym angekommen und heute trainiere ich Beinbeuger. Aber ich fange wieder an mit Deadlifts. Die sind jetzt nicht unbedingt für den Beinbeuger. Die passen einfach von meiner Trainingsstruktur am besten bei der Beinrückseite, also an dem Tag. Ich würde sagen, ich kriege jetzt wieder nicht weiter rum, sondern gehe jetzt ins Gym. Ach ja, und mal sehen, wie viel ich Deadliften kann, weil bei den Squats ging es ja ganz gut, jetzt nach der Quarantäne. Kann ja sein, dass sich jetzt auch meine Deadlifts verbessert haben und ich da auch mehr Gewicht schaffe. Auf jeden Fall gehe ich jetzt ins Gym und fange mit dem Training an. So, das war es mit dem Aufwärmen. Jetzt geht's ans Deadliften. Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute, ich bin dann jetzt auch fertig mit den Deadlifts. Mein Run Rap Max war jetzt 200 Kilo. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass ich beim Ziehen, das fiel mir schon leichter als beim letzten Mal, aber ich hatte das Gefühl, dass ich halt ein bisschen was drauf tun hätte können. Und ja, das hat jetzt etwas länger gedauert mit den Deadlifts. Ja, jetzt mache ich weiter mit meinem Training und muss noch meinen kompletten Beinbeuger trainieren und meine Waden. Und wir haben jetzt glaube ich auch schon irgendwas mit halb 10 oder 20 nach 9 oder so. Also, deswegen würde ich sagen, fange ich dann jetzt mal an mit dem Beinbeuger. So many years, I've been swaying for the wins. I'm in debt to knowing, but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up. Bankroll. Euro. Peso. Add it up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what. Add it up. Bankroll. Euro. Peso. Add it up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what. Add it up. Told you if it's all me. Everything is on me. Go and back it up. Matter what. Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart. I'ma cop a farm and go act up. Lotta scars. I was cold hearted. Now I'm back up. Keep it real. I do this once a month. I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt. Carcara till you tatted up. All that other bull. It don't matter much. You only climb me. I put the ladders up. No fault. I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money. Then we lay low. Add it up. Bankroll. Euro. Peso. Add it up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what. Add it up. Bankroll. Euro. Peso. Add it up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what. Add it up. Told her if it's all me. Everything is on me. Go and back it up. Matter what. Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Add it up. Told her if it's all me. Everything is on me. Go and back it up. Matter what. Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Okay, Leute, ich bin aus dem Gym raus, fast pünktlich, habe ein bisschen länger gebraucht, aber wurde noch rausgelassen. Ich stehe jetzt hier vom Motorrad, ich habe das jetzt mal angemacht, damit ich hier ein bisschen Licht habe. Das Training war ganz okay, es waren aber ein paar Geräte abgesperrt, die ich gerne benutzt hätte, zum Beispiel die Wadenpresse im Stehen. Die mag ich lieber als die Sitzende, ich weiß auch nicht warum, einfach den Bewegungsablauf, da mag ich lieber. Ja, aber die war halt abgesperrt wegen den Corona-Maßnahmen, eigentlich bringt es nichts, aber es ist immer noch besser, als wenn das Gym zu hätte. Und es ist jetzt auch schon spät, wir haben irgendwas nach 0 Uhr, ich kann es jetzt nicht sehen, weil mein Handy schon aus ist und ich bin hier der Einzige auf dem Parkplatz. Ja, und deswegen sollte ich mich jetzt auch mal auf den Weg nach Hause machen und wie immer, wenn euch mein Video gefallen hat, gebt ihm wieder einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.